Das ist ein altes Thema schon. Das ist zwar ein relativ junges Thema, weil es das ja noch nicht so lange gibt, aber es ist ein altes Thema, weil es eben schon so breit getreten wurde. Ich trete jetzt einfach auch nochmal rein, weil, warum nicht? Was möchtest du denn mal werden? Oder was hast du vor, jetzt bist du bald mit der Schule fertig? In welche Richtung soll es gehen? Was willst du machen? Hm, äh, ja, irgendwas mit Medien. Wo fängt Medien an? Wo hört Medien auf? Das ist Print, das ist Online, das ist Film und Werbung und zum Beispiel Zeitungen drucken. Ist auch irgendwas mit Medien. Deshalb kann aber auch sein, Zeitungen Artikel schreiben oder Fotos machen oder Filme machen oder Filme schneiden oder Post-Production oder Videospiele designen. Ist auch was mit Medien. Was ist denn dieses irgendwas mit Medien? Was bedeutet das? Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das? Das ist wie wenn du sagst, was willst du mal machen? Dann ist ja irgendwas mit Holz. Man kann es nicht so sagen. Man muss sagen, ich würde gern das werden. Natürlich nicht, wenn man 15, 16 ist. Natürlich geht es nicht. Natürlich hat man da Vorstellungen wie Astronaut oder Flugzeug... Flug... Flug... Mann... Pilot, nein, nicht... Flugzeugflugmann... Oder Flugzeugflugfrau, weil man muss ja politisch korrekt bleiben. Ähm, ja. Ja, natürlich will man sowas werden. Weil es einfach cool ist. Das ist, dass man sieht es im Fernsehen oder so oder man liest darüber oder man bekommt davon erzählt und es ist halt cool. Wenn die Verwandten dann immer kommen, kommen sie immer am Wochenende oder in den Ferien und sagen, ich möchtest du mal werden, wenn du groß bist. Und die Kinder sagen, ja, ähm, Polizist, Astronaut oder irgendwas mit Medien. Ja, ja. Gute Nacht, Deutschland. Gute Nacht, Welt. Tschüss. Hahaha. Hm... Untertitelung. BR 2018